Herzlich Willkommen auf Holistisch Gesund und heute mit einem sehr wichtigen Video, an dem ich lange gearbeitet habe, über das Thema verbotene Stoffe im Gesundheitsbereich. Ich mache dieses Video im Endeffekt aus zwei Gründen. Zum einen gibt es natürlich viele Sachen, da könnte man Probleme bekommen, wenn man sie direkt empfiehlt. Dementsprechend gab es da keine Videos bisher darüber, aber mir kann natürlich niemand verbieten, eine Auflistung zu machen über den derzeitigen Gesetzesrahmen. Das heißt, das ist hier ausdrücklich kein Therapievideo und ich werde jetzt auch nicht von jeder Substanz die potenziellen Wirkungen im Körper erklären, sondern es geht einfach nur darum, ein paar Anregungen und Informationen zu geben, zu denen dann jeder gerne seine eigenen Forschungen anstellen darf. Ich habe auch noch ein paar Informationsquellen dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Der andere Grund, warum ich dieses Video hier aufnehme, ist auch, weil den wenigsten, glaube ich, bewusst ist, wie stark unsere gesundheitliche Selbstbestimmung eigentlich mittlerweile eingeschränkt ist. Also den Titel hier in dem Video Pharma-Diktatur, den meine ich auch keineswegs in irgendeiner Form sarkastisch oder übertreibend, sondern das ist die Wahrheit. Denn die Pharmaindustrie diktiert seit Jahrzehnten maßgeblich, was erlaubt ist, was verboten ist, übt extremen Einfluss auf die Politik aus, die dann eben die Gesetze auch veranlasst und beeinflusst natürlich auch über was und in welcher Art und Weise über verschiedene Dinge, über verschiedene Substanzen im Mainstream-Fernsehen berichtet wird. Daher dieses Video. Bevor es mit den Substanzen losgeht, noch ein paar kurze Anmerkungen. Wenn ich jetzt hier von verbotenen Heilmittel rede, dann muss man das Wort Verbot erstmal ein bisschen definieren. Also es gibt einmal den direkten Verbot und den indirekten Verbot, indirekte Verbotsgesetze. Damit meine ich quasi, dass es Substanzen gibt, die per se, per Gesetz wirklich als illegal deklariert sind. Das heißt, einfach nur diese Substanz zu besitzen oder zu konsumieren, ist bereits strafbar. Und dann gibt es andere Substanzen, die kann man zwar kaufen, ja, entweder im Internet oder auf anderen Quellen, aber sie werden halt dann eben nur verkauft als Desinfektionsmittel oder es gibt irgendwelche irreführenden Angaben. Man darf nicht bestimmte Heilaussagen treffen, obwohl es Studien dazu gibt und so weiter und so fort. Und das sind natürlich auch indirekte Verbote, weil sie Leute davon abhalten, ja, die Heilwirkung von einer Substanz erfahren zu können. Die zweite Anmerkung, die ich vorab treffen muss, ist, dass dieses Video hier quasi unter dem Deckmantel der gesundheitlichen Selbstbestimmung steht. Also meines Erachtens nach ist es einfach ein absolutes Grundrecht, was aber insbesondere in den letzten Jahren immer stärker mit Füßen getreten wird. Und es geht jetzt hier in diesem Video nicht darum, das ist mir sehr wichtig, das nochmal zu verdeutlichen, es geht nicht darum, dass ich behaupten würde, dass all diese Sachen, die ich jetzt gleich erwähnen werde, per se nur gesundheitsförderlich sind und dass es keine Nebenwirkungen gibt, die existieren können. Sondern es geht einfach nur darum, dass das eben Substanzen sind, zu denen es eben entweder interessante Studien gibt oder sehr, sehr viele Erfahrungsberichte und die potenziell ein gesundheitliches Heilpotenzial haben und trotzdem im Rahmen des eigenverantwortlichen Konsums bekämpft werden, ja, während standardmäßig Millionen von Medikamenten jeden Tag in dieser Welt über die Ladentheke wandern. Also hier nochmal ein abschließender, letzter Hinweis für gewisse Leute, die zuschauen. Alles, was ich jetzt sage, entspricht lediglich meiner Meinung auf Basis meiner Forschung, meinen eigenen Erfahrungen und sind keine gesundheitliche Ratschläge, ja. Wer irgendwas einnimmt, muss sich immer selbst informieren und trägt natürlich auch die eigenen Konsequenzen. Also fangen wir erstmal relativ harmlos an mit der sogenannten Novel Food Verordnung, ja, die Novel Food Verordnung. Ich zitiere das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Neuartige Lebensmittel, Novel Foods. Im Allgemeinen können Lebensmittel im Rahmen der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ohne vorherige Zulassung in den Verkehr gebracht werden. Eine Ausnahme bilden die neuartigen Lebensmittel, Novel Foods. Sie unterliegen EU-weit einheitlichen Regelungen, um einerseits ein hohes Niveau beim Schutz der Gesundheit des Menschen zu erreichen und andererseits ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes zu ermöglichen. Daher müssen neuartige Lebensmittel einer gesundheitlichen Bewertung unterzogen werden, bevor sie in Verkehr gebracht werden dürfen. Geregelt ist dies in der Novel Food Verordnung. Sehr interessant ist natürlich gleich wieder die Formulierung, Das ist eigentlich bei fast allen Gesetzen so, dass man das Verbot von Substanzen, also den Eingriff in die gesundheitliche Privatsphäre von Menschen, in die Eigenbestimmung der Nahrungsbeschaffung, dass man sowas immer definiert als einen Schutz, ja, der Schutz der Gesundheit des Menschen, oder der Verbraucherschutz. Hier nochmal ein bisschen genauer, was sind Novel Foods? Unter dem Begriff neuartiges Lebensmittel, Novel Food, versteht man alle Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 nicht in nennenswertem Umfang in der Europäischen Union für den menschlichen Verzehr verwendet wurden und die in mindestens eine der in Artikel 3 der Novel Food Verordnung genannten Kategorien fallen. Hierzu zählen folgende Lebensmittel und ja, das seht ihr hier halt eben diese ganzen Beispiele. Entscheidend ist eigentlich nur dieser eine kleine Teil hier, alle Lebensmittel, die vor 1997 nicht in der Europäischen Union verzehrt wurden. Das heißt auf Deutsch, dass alles, was aus anderen Kulturen kommt, ja, selbst wenn es dort seit Jahrhunderten oder in manchen Fällen sogar seit Jahrtausenden verwendet wird, erst mal im ersten Moment nicht in Deutschland als Lebensmittel verkauft werden kann. Es ist einfach völlig abstrus. Ich bin mit dieser Verordnung auch selbst in Kontakt gekommen, weil ich mich ja längere Zeit mit dem Zistrosentee beschäftigt habe, mit der Zistuspflanze und auch der Zistrosentee viel lange Zeit unter die Novel Food Verordnung. Das heißt, da sind wir quasi bei dem, was ich als indirektes Verbot bezeichnet hatte. Man konnte diesen Tee dann zwar kaufen, aber meistens als Badetee, ja, und ohne den Hinweis zur innerlichen Anwendung oder gesundheitsbezogenen Empfehlungen. Ja, eine Jahrtausende, eine Jahrtausende alte Heilpflanze. Und das ist natürlich eben das Problem, weil wenn jemand keine Ahnung davon hat, wenn er sich nicht selbstständig damit beschäftigt und nicht per Zufall auf die Zistrose stößt, dann wird er natürlich niemals von deren Heilwirkungen erfahren können, weil wenn es in irgendeinem Laden rumsteht, dann halt eben nur als Badetee. Ja, und für diesen Novel Food Verordnung gibt es auch noch weitere Beispiele. Viele kennen vielleicht die sogenannte Chagulan Pflanze. Ich hoffe, man spricht es so aus, die man auch als Kraut der Unsterblichkeit bezeichnet. Auch diese Pflanze wurde lange Zeit, ich glaube, es ist sogar im Moment immer noch auch so, dass sie nicht als Lebensmittel deklariert werden kann. Sehr interessant ist diese Verordnung auch bei der Stevia Pflanze, die ja auch in vielen verschiedenen nicht-europäischen Kulturen seit wirklich Ewigkeiten Verwendung findet. Und der Verbraucherservice Bayern schreibt hierzu, im Juni 2017 wurde Stevia in den Novel Food Katalog eingetragen. Die EU-Kommission erlaubt so eine neue Anwendungsmöglichkeit von Stevia und somit für den Vertrieb von Kräuter- oder Früchtetees die Blätter von Stevia enthalten und damit zubereitet werden. Das Angebot von reinen Stevia-Blättern ist weiterhin unzulässig. Also eine völlige Willkür, die sich jeder, wirklich jeder Logik entzieht. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal Stevia irgendwo in der Süßungsabteilung im Supermarkt gesehen. Und dazu muss man aber wissen, dass das dort immer die isolierten Süßstoffe aus der Pflanze sind. Also die sogenannten Stevioglycoside. Die sind dort in diesen Süßstoffen enthalten. Das sind die extrahierten einzelnen Moleküle. Also das ist scheinbar gar kein Problem. Aber die ganze Pflanze, die natürlich in ihrem Komplex viel heilsamer ist, da gibt es auch sehr interessante Studien dazu, die war lange Zeit einfach überhaupt nicht zugelassen. Also einfach per se verboten, als Lebensmittel anzubieten oder in irgendwelche Lebensmittel einzubauen, während der isolierte Extrakt erlaubt ist. Und jetzt ist es scheinbar mittlerweile, wie ich euch gerade vorgelesen habe, so, dass es eben als Zusatz von einem Tee erlaubt ist, aber immer noch nicht die ganzen Blätter. Also man kann ganze Stevia-Blätter schon kaufen im Internet auf verschiedenen Quellen, aber immer nur entweder als Badezusatz oder für Dekorationszwecke oder irgendeinen sonstigen Müll. Also ich war ja auch davon betroffen und kann definitiv quasi aus eigener Erfahrung sagen, dass zumindest Anfang letzten Jahres das Ganze auch in einem Tee definitiv noch nicht erlaubt war, weil es gibt ja die Zistrosenteemischung, die ich mitentwickelt habe und da hatten wir tatsächlich in der ersten Variante Stevia-Blätter drin und das wurde dann von den entsprechenden Gremien abgelehnt. Also es wurde verboten. Wir durften das nicht verkaufen und mussten dann den Tee, der quasi eigentlich schon komplett fertig war in seiner Rezeptur, nochmal komplett ändern. Es gibt natürlich noch viel mehr Beispiele als die Pflanzen, die ich jetzt hier genannt habe. Die kann ich jetzt hier nicht alle nennen, weil sonst geht das Video allein schon mit diesem einen Punkt fünf Stunden lang, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr mal gehört habt, dass es so eine tolle Verordnung wie die Novel Food Verordnung, dass es sowas überhaupt gibt, dass so etwas existiert. Ich denke, die wenigsten Leute wissen wirklich, dass es eine Verordnung gibt, die verschiedene Pflanzen per Gesetz verbietet als Lebensmittel zu bezeichnen, die in anderen Kulturen teilweise eine Anwendungsdauer von 500 bis 5000 Jahren haben. So, gehen wir zum nächsten Punkt. Ursortengemüse. Klingt eigentlich fast auch zu unglaublich, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich die traurige Wahrheit, dass selbst unsere normalen Speisepflanzen bestimmten Gesetzen unterliegen. So gibt es zum Beispiel sehr viele Ursorten, bei denen das Saatgut nicht amtlich zugelassen ist. Das bedeutet im Klartext, einem Bauer ist es gesetzlich verboten, damit Handel zu betreiben. Also, wenn man das jetzt einfach in seinem Garten anbaut, wird man in der Regel keine Probleme bekommen, aber damit Handel zu betreiben ist verboten. Und es geht jetzt hier nicht um Kokainsträucher oder Cannabis-Pflanzen, sondern ich rede hier tatsächlich von ganz stinknormalen Sachen, wie zum Beispiel alte Tomatensorten oder alte Kartoffelsorten. Und ich stelle jetzt einfach mal die ganz abstruse Theorie auf, dass in diesen Sorten deutlich mehr gesundheitlich relevante Substanzen enthalten sind, als in den neueren. Und zu diesem Thema gibt es sogar ausnahmsweise tatsächlich mal eine relativ gute Doku aus dem Mainstream hier von NDR. So eine 45-Minuten-Doku allein über dieses Thema mit dem Titel Verbotenes Gemüse. Für alle, die das interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und dann kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also ich persönlich kann eigentlich kaum glauben, dass es so etwas tatsächlich gibt. Aber keine Sorge, wir sind ja noch am Anfang dieses Videos. Es wird noch schlimmer. Nächster Punkt, Grapefruit-Kernextrakt. Also die ersten zwei Sachen, die waren ja eher so ein bisschen allgemeinerer Natur. Und jetzt geht es mal wirklich um eine einzelne Substanz. Meiner Meinung nach, meiner Forschung nach, wirklich ein herausragendes Mittel. Also wirklich ein herausragendes Mittel, sondergleichen gegen Pilzinfektionen. Da gibt es so viele super interessante Forschungen und Erfahrungsberichte dazu. Mir persönlich hat das wirklich sehr geholfen, zu einer Zeit, in der ich noch eine ziemlich starke Candida-Infektion hatte, um diesen eben sehr effektiv bekämpfen zu können. So, jetzt stellt man sich hier die Frage, ja warum soll das denn verboten sein? Grapefruit-Kernextrakt gibt es doch auf Amazon. Also wenn ich das auf Amazon eingebe, dann finde ich nicht nur einen Anbieter, sondern Dutzende. So, was aber die wenigsten Leute wissen, ist das, was man normal kaufen kann, nicht im Ansatz so wirksam ist, wie das echte Original. Das heißt, es gibt ein patentiertes Herstellungsverfahren, was nach Dr. Harich damals hergestellt wurde, was wirklich sehr komplex ist und viele komplexe Produktionsschritte beinhaltet, aber nur durch dieses Verfahren wirklich die herausragenden gesundheitlichen Effekte festgestellt werden konnte. Das heißt, das ist hier auch so eine Art indirektes Verbot, weil wenn jetzt einfach nur jemand liest, ja Grapefruit-Kernextrakt ist gut gegen das und das, gegen die und die Krankheit, dann wird er mit nur sehr geringerer Wahrscheinlichkeit direkt zu dem wirksamen Original gelangen, sondern er wird sich einfach irgendwas auf Amazon bestellen und wird sich dann darüber wundern, warum es nicht die Auswirkungen hat, die in den ganzen alten Büchern, die es über Grapefruit-Kernextrakt gibt, drinstehen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Cannabis, ich denke, dazu muss ich nicht allzu viel sagen. Das hat Marlene Mortler ja schon sehr gut erklärt. Markus, warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen null Tod im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Auch hier ist es jetzt ganz wichtig zu erklären, um was es mir geht. Natürlich ist Cannabis eine Pflanze, die ein gewisses Risiko birgt und die man missbrauchen kann. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es eine Pflanze ist, bei der es so viele Hinweise auf verschiedenste Nutzbereiche in der Gesundheit gibt. Und es geht jetzt hier um Selbstbestimmung. Es geht einfach nur um das Thema Selbstbestimmung. Und wenn man sich einfach nur die Lage anschaut im Vergleich zu Alkohol, ich glaube, es ist immer noch kein Mensch bisher an einer diagnostizierten Überdosis an Cannabis gestorben, während Alkohol jedes Jahr in jedem Land zigtausende Todesopfer fördert. Eine viel höhere Wahrscheinlichkeit für Autounfälle, ein viel höheres Aggressionspotenzial. Also ich kenne jetzt aus den Medien keine Berichte, wo Menschen Cannabis konsumiert haben und das Ganze dann auf einmal in einer Massenprügelei ausartete. Und verschiedene Cannabis-Sorten haben natürlich auch ein riesiges Heilpotenzial beim Thema Krebs. Stichwort Rick-Simpson-Öl. Ich kann euch als Basislektüre zu diesem Thema dieses Buch hier empfehlen, was ich euch auch in der Videobeschreibung dann verlinken werde. Also hier nochmal ganz wichtig, es geht mir nicht um die Verharmlosung, es geht mir um die Unsinnigkeit der Gesetze. Weil man muss ja einfach mal überlegen, stellt euch einfach mal vor, ihr würdet jetzt Gesetze machen müssen. Und dann wäre doch, also meiner Ansicht nach, das oberste Ziel, die oberste Priorität, wenn ich jetzt irgendein Gesetz mache, dass ich das der Bevölkerung sinnvoll erklären kann. Also dass ich Argumente dafür bringen kann, warum es eine Sache erlaubt und warum es eine andere Sache nicht erlaubt. Ich kann zum Beispiel relativ sinnvoll erklären, warum es ein Gesetz dafür gibt, dass man nicht einfach bei fremden Leuten in die Wohnung einbrechen darf und dort das Geld und die Wertsachen klauen kann. Ja, weil wenn das jeder machen würde, dann gäbe es nur noch Mord und Totschlag und man würde ja quasi in die Persönlichkeitsrechte eines anderen eingreifen. Das heißt, so ein Gesetz kann ich sinnvoll erklären. Wie kann ich aber sinnvoll erklären, dass eine Substanz wie Alkohol, die überall legal vermarktet wird und sogar promotet wird, Alkohol wird sogar im Fernsehen, in vielen Sendungen, in vielen Serien promotet, dass das völlig legal ist, während gleichzeitig eine Pflanze wie Cannabis per se kriminalisiert wird. Und es gibt einfach zu dutzenden Krankheitsbildern so viele Studien und Erfahrungsberichte, wo man sieht, dass es helfen kann. Leute, die zum Beispiel verschiedene Muskelbeschwerden haben, dass es da grandios hilft oder auch Leute, die irgendwelche psychischen Erkrankungen haben. Es kommt halt hier sehr stark auf die Dosis an. Also gerade bei Cannabis ist es eben so, dass eine extrem hohe Dosis eben genau diese gefürchteten Paranoia-Zustände auslösen kann. Aber eine geringe Dosis in vielen Forschungen halt das eben nicht gezeigt hat, sondern einfach nur gezeigt hat, dass es einen entspannenden Effekt auf unser Nervensystem hat. Und hier einfach Leute, die eine bestimmte Krankheit haben, bei denen ihnen Cannabis zu helfen scheint und die damit niemanden schaden, die damit niemanden schaden, wenn sie das bei sich zu Hause anbauen und konsumieren, dass diese Menschen zu Kriminellen gemacht werden. Das ist einfach das, was ich kritisiere und das ist einfach absolut asozial und das ist das völlige Gegenteil eines selbstbestimmten Gesundheitssystems. Und nur darum geht es jetzt hier in diesem Video. Da können wir direkt weitergehen zu dem allgemeinen Thema Psychedelika. Also natürlich sind im Betäubungsmittelgesetz alle möglichen Substanzen, die eben stark bewusstseinserweiternd wirken können, auch aufgelistet und damit per se verboten, damit zu handeln. Dazu zählt zum Beispiel LSD, dazu zählt Psilocybin aus den sogenannten Zauberpilzen, dazu zählt DMT, sowohl als Reinform als auch in dem ganzen Pflanzenextrakt in Form von Ayahuasca, in dem Getränk oder zum Beispiel Mescalin, der Wirkstoff aus bestimmten Kakteen. Und auch diese ganzen Substanzen sind entgegen der landläufigen Meinung, die man der Bevölkerung einfach gebetsmühlenartig immer wieder eingetrichtert hat, sind diese Substanzen weit davon entfernt, per se schädlich zu sein, sondern haben natürlich in richtiger Dosierung und Anwendung durchaus Heilpotenzial. Bei LSD, Mikrodosierung ist scheinbar ein sehr großes Potenzial, wo es vor allem im englischsprachigen Raum extrem viele Berichte gibt bei depressiven Erkrankungen. Also das heißt, Mikrodosing bedeutet immer, man nimmt quasi eine ganz, ganz geringe Menge, die sehr subtil wirkt ohne akute, wahrnehmbare, psychoaktive Wirkungen. Und auch zu Psilocybin gibt es sehr interessante Erfahrungsberichte und Untersuchungen, die zeigen, dass dieses Molekül durchaus gesundheitliches Potenzial hat. Und natürlich nicht zuletzt DMT-Ayahuasca. Eine Substanz, die von vielen schamanischen Kulturen wirklich seit Jahrhunderten oder manche Quellen sprechen sogar von Jahrtausenden verwendet wird, was einfach so ein unfassbares Heilpotenzial hat. Ich habe ja selbst mehrmals an einer Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen und was ich dort für lebensverändernde Geschichten gehört habe, wie sich wirklich Leute innerhalb von wenigen Tagen Traumata aufgearbeitet haben, wie sie ihr gesamtes Leben einfach auf den Kopf gestellt hat damit. Das war einfach unfassbar und wunderschön. Und für mich war es auch eines der lebensbereicherndsten Sachen, die ich jemals erfahren durfte. Und dass so etwas man dann eben nur innerhalb von geschlossenen Kreisen praktizieren darf und nicht jeder die Möglichkeit hat, das einfach zu machen, wie er will, wenn er jetzt dafür keine gescheite Quelle hat, das ist halt echt traurig. Ich muss dazu sagen, dass ich von den ganzen aufgezählten Substanzen außer mit Ayahuasca keinerlei Erfahrung habe. Also ich habe noch niemals LSD oder Pilze oder sonst irgendwas genommen. Es geht jetzt hier einfach nur wieder um die gesundheitliche Selbstbestimmung. Und wenn jemandem LSD als Microdosis gesundheitlich hilft, dann soll er das verdammt nochmal auch nehmen dürfen, ohne gleichzeitig kriminell zu sein. Und dieses Thema Psychedelika ist auf jeden Fall jenes, mit dem man am besten zeigen kann, wie gut uns unsere Medien Gehirn gewaschen haben. Weil ich kenne selbst so viele Menschen, die immer wieder erwähnen, dass sie niemals solche bösen Drogen konsumieren würden, die aber selbst fast ausschließlich Dinge in ihrer normalen Ernährung konsumieren, die den Körper um ein Vielfaches stärker schaden. Und es gibt definitiv Dinge, die man als Drogen bezeichnen könnte und die uns kaputt machen können. Ja, das ist keine Frage. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es gibt eben auch solche, die vom Gesetz einfach als Droge bezeichnet werden, obwohl sie ein großes Heilpotenzial haben, obwohl sie eine extrem niedrige Nebenwirkungsrate und eine extrem niedrige Abhängigkeitspotenzialrate haben, beziehungsweise sogar Substanzen, bei denen man sieht, dass sie gegen Süchte erfolgreich eingesetzt werden. Ja, manche Sachen wie zum Beispiel Ayahuasca oder Iboga werden wirklich erfolgreich bei, ich sag mal, echten Süchten eingesetzt. Und dann gibt es natürlich auch noch die letzte Kategorie, das heißt Substanzen, die man eigentlich als Droge bezeichnen müsste, wenn man, sag ich mal, diese gängige Definition hat von Suchtpotenzial und Körperschädigen, die man aber in jedem, in jedem verdammten Supermarkt kaufen kann. Oder Medikamente, die wie Smarties vom Ärzten verschrieben werden, natürlich auch eigentlich perfekt in diese Drogendefinition reinpassen, weil sie eben ein Suchtpotenzial haben, weil man sehr schwer davon loskommt. Man bekommt Entzugserscheinungen, wenn man das Ganze einfach absetzen will und die den Körper schaden. Aber dadurch, dass da einfach mal so jemand hingegangen ist, der sich Pharmaindustrie nennt und einfach definiert hat, das hier sind jetzt böse Drogen und das hier sind Medikamente, glauben es die Leute natürlich und versuchen das Ganze nicht zu hinterfragen. Zu dem Thema kann ich eigentlich nur die ganze Literatur von dem Forscher Christian Rätsch empfehlen. Ich kenne niemanden, der dieses ganze Drogenthema so objektiv und so wissenschaftlich aufgearbeitet hat wie er. Nächster Punkt, Spurenelemente, Mineralien. Es ist eigentlich auch fast nicht zu glauben, dass Nährstoffe, die seit Anbeginn der Zeit, seit Anbeginn des Universums, wenn man so nennen will, einfach verboten sind. Das heißt, in der Natur sind alle Elemente im Nahrungskreislauf vorhanden, also mit Ausnahme von den Radioaktiven. Und irgendjemand kam dann mal irgendwann auf die chlorreiche Idee, das Ganze per Gesetz zu verbieten. Das nennt sich dann Codex Alimentarius. Da verlinke ich auch ein Video dazu, was ich wirklich jedem empfehle, anzuschauen und runterzuladen. Und da geht es eben um eine sogenannte Positivliste. Das heißt, die Positivliste ist eine Auflistung von den Substanzen, die erlaubt sind. Da stehen, glaube ich, irgendwie 15 Elemente oder sowas drin. Und auch hier ist natürlich wieder sehr schön die Wortmanipulation. Positivliste, ja, man schreibt, das sind die erlaubten Substanzen und die wenigsten Leute kapieren wirklich, was das bedeutet. Denn es bedeutet nichts anderes, als dass alle Substanzen, die dort nicht stehen, nicht mehr als Supplement vermarktet werden dürfen oder in einem Dünger zugesetzt werden dürfen, in der Landwirtschaft und so weiter und so fort, obwohl sie in jedem wild wachsenden Kraut vorhanden sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Lithium, ein Spurenelement, bei dem es super Studien gibt, wie positiv ist das Hirn beeinflusst und bei vielen psychischen Erkrankungen hilft und man das eben nur wieder als Medikament bekommt, wenn man schon quasi kurz vorm Suizid steht und hier natürlich wieder in der absoluten Überdosis, die natürlich Nebenwirkungen verursacht. Und viel sinnvoller wäre es natürlich bereits in normalen Dosen als zugelassene prophylaktische Maßnahme. Das ist zum Beispiel in Deutschland nicht zugelassen. In Amerika ist es zugelassen. Vor kurzer Zeit habe ich mal Lithium-Orotat auf Amazon.de gefunden. Da habe ich mich selbst noch darüber gewundert. Aber das wurde dann nach wenigen Wochen wieder gelöscht. Also es kann sein, dass man hier und da mal was findet, aber es ist gesetzlich nicht legal und kann auch schnell wieder weg sein. Und wenn man Lithium aus den USA bestellt und das Pech hat, dass es beim Zoll landet, dann bekommt man das dort in der Regel auch nicht. Also dann steht ihr einfach nur dumm beim Zoll rum und das Ganze geht wieder zurück in die USA. Weitere Beispiele für Spurenelemente wären zum Beispiel auch Silber. Ja, viele Leute kennen Koloidales Silber, haben schon mal was davon gehört. Man kann Koloidales Silber zwar herstellen und die Geräte dafür kaufen, aber man kann es eben nicht bewerben mit den gesundheitlichen Funktionen, die es nun mal in unserem Stoffwechsel erfüllt. Ja, weil es ein natürlich vorkommendes Mineral ist. Also ich persönlich muss auch sagen, dass ich kein Fan davon bin, dass Koloidales Silber immer als Antibiotika-Alternative vermarktet wird, weil es ist keine Antibiotika-Alternative, sondern es ist das natürliche Teil unseres Immunsystems. Ja, Silber, das Spurenelement Silber, ist ein natürlicher Teil unseres eigenen Immunsystems. Es gibt natürlich noch weitere Beispiele, zum Beispiel Borax. Borax bekommt man teilweise als Desinfektionsmittel oder als Insektenmittel mit Gewerbeschein, aber auch da ist es nicht zugelassen zu der normalen Einnahme. Ja, es ist im Endeffekt einfach nur eine Bohrverbindung und Bohr ist ein super wichtiges Element bei Gelenkerkrankungen für die Knochenstruktur, für den Darm. Scheint meiner Meinung nach auch die Zierbedrüse zu entkalken. Also wenn ich sehr viel Bohr konsumiere, dann träume ich ohne Ende, dann kann ich mich fast an jeden Traum erinnern und habe das Gefühl, dass ich jede Nacht eine Kino-Vorstellung gebucht habe. Und da gab es dann irgendwann eben Verbote mit unsinnigen Argumenten, weil angeblich der Verdacht nahe liegt, dass es Schäden bei ungeborenen Kindern verursacht. Wenn man es aber in einer Dosierung nimmt, die wieder hunderte Male höher ist, als das, was man durch gut mineralisierte Nahrung oder als ein normales Supplement aufnehmen würde. Also hier darf auch gerne jeder selbst recherchieren, Stichwort die Borax-Verschwörung. Und das sind jetzt auch nur drei Beispiele. Die Liste ist viel länger. Wie gesagt, alles, was nicht auf dieser Positivliste steht, ist per Gesetz zur Supplementierung nicht zugelassen, ist verboten, irgendwelche Heilaussagen dazu zu treffen, selbst wenn man dazu Studien findet. Und meiner Ansicht nach ist das wirklich eines der schlimmsten Gesetze. Und maximal 0,001% der Menschheit versteht wirklich in vollem Umfang, dass dieses Gesetz die Basis für fast alle Krankheiten liefert. Und in welchem unfassbaren Maße es uns Menschen zu Sklaven macht. Weil wir brauchen diese Nährstoffe, um richtig funktionieren zu können. So, jetzt muss ich mal ein bisschen schneller machen, weil sonst geht dieses Video hier fünf Stunden lang. Also nächster Punkt, Desinfektionsmittel-Lösungsmittel. Es gibt natürlich viele Substanzen, das ist eben das, was ich mit indirektem Verbot meine, die man zwar relativ einfach kaufen kann, jedoch nur als Lösungsmittel oder als Desinfektionsmittel. Teilweise wurden hier natürlich auch richtige Diffamierungskampagnen gestartet. Stichwort Chlorbleiche. Chlorbleiche. Beispielsweise bei Wasserstoffperoxid, beispielsweise bei MMS oder CDL, bei DMSO, bei Kiefernharz und so weiter und so fort. Da will ich jetzt nicht genauer drauf reingehen. Also, weiter, nicht ganz so dramatisch, aber dennoch auch interessant, die Substanz Kieselgur. Kieselgur ist eine Heilerde, die aus abgestorbenen Kieselalgen gewonnen wird und die meiner Erfahrung nach sehr effektiv Giftstoffe im Darm binden kann und auch gegen viele Parasiten sehr wirksam ist, ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Außer halt eben Verstopfung, wenn man zu wenig trinkt, wie bei jeder Heilerde. Und interessant ist, dass sehr viele Bauern Kieselgur kennen dürften, weil es nämlich ein sehr bekanntes und wirksames Mittel gegen Flöhe und Milbenbefall bei Hühnern darstellt. Das heißt, Kieselgur kann man auch ganz normal kaufen in verschiedenen Shops, aber eben wieder nur mit dem Hinweis, ja, nicht zur eigenen Einnahme. Also Kieselgur wirkt natürlich immer nur beim Huhn und nicht beim Menschen, weil Huhn und Mensch, wie ihr wisst, ja beide nicht zu den Säugetieren zählen. Also macht völlig Sinn, ja. Und dazu gibt es noch viele weitere Substanzen, die für Tiere zugelassen sind und für Menschen nicht. Kieselgur soll hier einfach auch mal ein Beispiel sein. So, weiter geht's mit dem Thema Dosierempfehlungen. Dazu habe ich ja schon ein sehr ausführliches Video, was ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken werde. Ich möchte es jetzt einfach nur nochmal kurz wiederholen. In dem Video ging es im Zentralen über die sogenannte NEMF, also Nahrungsergänzungsmittelverordnung, die bestimmt, was auf einem Nahrungsergänzungsmittel draufstehen darf und somit natürlich die Ursache für diese teilweise sehr abstrusen Empfehlungen ist. Es ist meiner Ansicht nach ein sehr perfides Gesetz, weil die Richtlinien bei sehr vielen Substanzen einfach nicht ansatzweise auf Basis von irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen basieren, sondern hier einfach eine völlige Willkür aufweisen. Ja, warum sollte mich zum Beispiel die doppelte Dosis von einem Weizengraspulver umbringen? Und dieses Gesetz ist insofern kritisch, weil es die, die sich nicht intensiver damit beschäftigen, sehr weit von ihrem gesundheitlichen Potenzial abhält, weil sie natürlich immer Angst haben, diese Dosierempfehlungen zu überschreiten, die ja schon fast so eine Art hypnotischen Charakter haben. Ja, also wenn man auf der Packung liest, entspricht 300% vom Tagesbedarf, dann hat man natürlich bereits Angst, die 10-fache Dosis zu nehmen, auch wenn diese 10-fache Dosis eventuell eigentlich das wäre, was unser Körper braucht, um ordentlich zu funktionieren. Bei Vitamin D3 habe ich das ja schon ausführlich erklärt und das gilt natürlich auch für viele Dutzende weitere Substanzen, wie Jod, wie Vitamin K2, viele B-Vitamine, Vitamin B12. Mit Weihrauch-Extrakt habe ich bei 10-facher Dosis super Erfahrungen gemacht, mit Chlorella, mit Grassäften, mit Reichi. Also bei fast allen Substanzen ist es im Endeffekt so, dass mir immer die 5- bis 10-fache Dosis von dem, was als Empfehlung draufsteht, die man nicht überschreiten darf, dass mir diese Dosis erst spürbar wirklich Gesundheitseffekte gebracht hat, die man auch wirklich wahrgenommen hat. Und wenn man eben nicht weiß, dass es diese Gesetze gibt, dann tappt man da immer mit irgendwelchen 800 internationalen Einheiten Vitamin D3 rum und dreht sich im Endeffekt nur im Kreis und beißt sich in den eigenen Schwanz rein. Und das muss man einfach wissen, weil auch in diesen Vitamin D-Gruppen wird häufig davon gesprochen, ja, die hochdosierte Vitamin D-Einnahme, aber 10.000 Einheiten Vitamin D sind nicht hochdosiert, sondern das, was gängigerweise zugelassen ist oder empfohlen wird oder von Ärzten verschrieben wird, ist einfach chronisch unterdosiert. Gut, nächster Punkt, Melatonin. Melatonin ist ein natürliches Hormon, was vor allem auch für gesunden Schlaf wahrscheinlich wichtig ist, was uns sehr stark regeneriert und in der Zirbeldrüse produziert wird. Also, wenn nicht gut schläft, hat häufig Melatoninmangel, was wiederum zahlreiche Ursachen haben kann. Es soll jetzt hier auch nicht darum gehen, sondern einfach nur um die Tatsache, dass diese Substanz eine hervorragende Detox-Kur für unser Gehirn darstellt und natürlich gerade für Leute mit starken Schlafproblemen die viel bessere Alternative darstellen würde, die nebenwirkungsfreie Alternative zu den ganzen schädlichen Schlafpillen, die es so auf dem Markt gibt. Auch wieder eine Sache, die in Amerika ganz normal zugelassen ist und überall zu kaufen ist. In Deutschland ist Melatonin verboten. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es ein Präparat in Deutschland, was es dann doch irgendwie geschafft hat, gesetzlich durchzukommen. Da konnte ich jetzt aber nicht mehr die genauen Infos dazu finden. Ich weiß nur noch, dass es sehr niedrig dosiert war mit irgendwie 1 Milligramm pro Tag oder so. Und die wirklichen Effekte, da sind wir wieder bei dem vorherigen Punkt, die beginnen erst bei 3 bis 6 Milligramm. Oder ein wirklich gesundheitlicher Hirndetox würde ich eher im Bereich 10 bis 20 Milligramm, in dem Fall sogar in liposomaler Form, finde ich, macht bei Melatonin durchaus Sinn, empfehlen. Da habe ich auch meine eigenen Erfahrungen damit, die sehr positiv waren. Wobei ich auch hier wieder dazu sagen muss, dass Melatonin definitiv zu den Substanzen zählt, die man missbrauchen kann. Und wo ich davon ausgehe, dass es bei Dauergebrauch eventuell das eigene Hormonsystem irgendwann etwas durcheinander bringen könnte. Und natürlich meistens auch nicht die Ursache von den Schlafstörungen behebt. Weil es gibt ja konkrete Gründe dafür, warum dein Melatonin im Körper gesunken ist. Und es macht natürlich mehr Sinn, den Körper wieder so zu regenerieren und die Maßnahmen zu machen, damit der Körper selbst genug Melatonin herstellt, als ich jetzt für den Rest seines Lebens Melatonin reinzupfeifen. Also auch eine Sache, die ich durchaus kritisch sehe, zum Dauergebrauch. Es geht jetzt nur in diesem Video zum wiederholten Male. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich möchte es immer wieder erwähnen. Es geht nur darum, Melatonin ist ziemlich gut untersucht. Es gibt dutzende interessante Forschungen und Heilungsberichte dazu und es ist trotzdem per se verboten, während andere Schlafmittel immense nachgewiesene Nebenwirkungen und ein viel höheres Suchtpotenzial haben, die man entweder einfach so in der Apotheke erhältlich kaufen kann oder von jedem zweiten Hausarzt einfach wie Smarties verschrieben werden. Also auch hier wieder gesundheitliche Selbstbestimmung. Bye, bye. Ich verlinke euch zu dem Melatonin-Gesetz-Thema noch ein Video. Weiter geht's mit den bitteren Aprikosenkernen. Kann man zwar legal kaufen, allerdings auch hier massive Probleme bekommen, wenn man diese eben als Arzt oder als Heilpraktiker zur Krebsprophylaxe oder als begleitende Krebstherapie eben auf Basis von Vitamin B17 empfiehlt oder irgendwie gutheißt. Angeblich als Gefahr von Blausäurevergiftung. Chemisch kann man meiner Ansicht nach relativ einfach erklären, warum diese Blausäure eben nicht nicht in unseren Körper die gesunden Zellen angreift, sondern lediglich innerhalb von den Krebszellen wirksam ist. Das ist eigentlich sehr einfach erklärbar und relativ gut erforscht. Ich habe ein relativ altes Video sogar auf meinem Kanal dazu, wo ich diesen Zusammenhang möglichst einfach darstelle. Wen das interessiert, einfach anschauen. Aber natürlich, bitte keine bitteren Aprikosenkerne essen. Die sind hochgefährlich und ich rate jedem ganz ausdrücklich davon ab. Nächster Punkt, auch sehr interessant, ist das Thema Rohmilch. Das Thema Milch ist insofern interessant, weil es wahrscheinlich kaum ein Lebensmittel gibt, was durch Massentierhaltung und durch die Lebensmittelindustrie so stark zerstört wurde wie Milch. Also ich habe da ja auch meine eigene Krankheitsstory, sage ich mal, Käse- und Milchchunkie in meiner Jugendzeit, natürlich aus nicht hochwertiger Qualität. und das hat mir damals gar nicht gut getan. Als ich aufgehört habe, normale Milchprodukte zu konsumieren, war das einer der größten gesundheitlichen Effekte, die ich jemals gespürt habe. Also ich hatte vorher immer jeden Winter chronische Bronchitis, war immer verschleimt und als ich dann mal aufgehört habe, Milch zu konsumieren, habe ich erstmal ein paar Wochen lang ohne Ende Schleim wieder raus transportiert und danach hatte ich kein einziges Mal mehr diese Bronchitis, wie ich das aus meiner Jugendzeit kenne. Was jetzt aber hier bei diesem Thema wichtig ist, ist, dass die wenigsten Leute wissen, wie stark sich eben diese Prozesse von Pasteurisierung, Homogenisierung und natürlich auch generell die Haltungsweise in der Massentierhaltung auf die Qualität von Milch und auf die Verwertbarkeit der darin enthaltenen Nährstoffe auswirken und sich diese ganzen Prozesse dann dementsprechend natürlich normale Milch, die man im Discounter kauft, zu einem Giftcocktail macht, der kaum noch bioverfügbare Mineralien beinhaltet. Es gibt zu diesem Thema ein ziemlich unbekanntes Buch, also wirklich sehr unbekannt, habe ich noch nie irgendwo gehört, dass das jemand empfohlen hat. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen, weil mein Mitbewohner sich das gekauft hat. Das nennt sich Milch ist nicht gleich Milch, bisher verschwiegene revolutionäre Tatsachen. Das kann ich wirklich empfehlen für die Leute, die das Thema näher interessiert, weil in diesem Buch geht es eben genau um diese erwähnten Prozesse und die Auswirkungen auf die gesundheitliche Wirkung von Milch. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, dass wenn man Milch trinkt, dass das Einzige, was überhaupt Sinn ergibt, Rohmilch von Weidetieren ist und nichts anderes. Und bei Rohmilch ist es eben auch so eine Grauzone, dass diese nicht per se verboten ist, aber der Handel damit sehr stark erschwert wird. Das heißt, man bekommt unbehandelte Rohmilch nahezu in keinem einzigen Supermarkt und selbst in größeren Bioläden gibt es das nur ganz, ganz selten. Das heißt, man kommt eigentlich nur daran, wenn man wirklich in direkter Nähe zu bestimmten Höfen wohnt. Da wird dann häufig Rohmilch direkt von den Bauern verkauft. Oder manchmal, wenn man Glück hat, gibt es in wenigen Bioläden unter dem Namen Vorzugsmilch Rohmilch zu kaufen. Und da gibt es leider verhältnismäßig einfach nur extrem wenige Höfe in Deutschland, die das wirklich vertreiben, weil die Auflagen einfach so hoch sind und so kompliziert sind, wodurch sich natürlich die Gewinnmarge extrem minimiert. Und dann muss man so ein Liter Milch eben statt für 50 Cent für 2 Euro verkaufen, was dann die meisten Verbraucher, die diese Unterschiede halt einfach auch gar nicht kennen, einfach nicht zu zahlen bereit sind. Und dieser Pasteurisierungszwang ist auch sehr abstrus, weil er wird natürlich wieder mit diesen bösen Bakterien begründet, die überall lauern, in jedem Gebüsch und uns quasi umbringen, obwohl gerade diese Bakterien ja gerade probiotisch wirken würden und dann beim Pasteurisierungsvorgang völlig verloren gehen. Wer also zum Beispiel schon mal Rohmilch hatte und die stehen gelassen hat, der wird auch gemerkt haben, dass die bei richtiger Lagerung nicht schlecht wird, in dem Sinne, dass sie anfängt, Schimmel zu bilden oder sowas, sondern die fermentiert einfach vor sich hin und wird dann quasi zu Dickmilch. Also die wird einfach nur noch säuerlicher und enthält noch mehr Probiotika. Es geht also hier einfach wieder nur um die längere Haltbarkeit und um die günstigere Vermarktung von der Industrie und keinen anderen Zweck haben diese ganzen Prozesse. Mit diesem Thema böse Keime kann man die Leute aber wunderbar davon abhalten, Dinge zu konsumieren, die ihnen eigentlich viel besser tun würden als andere Sachen. Aber das einfach mal nur kurz angeschnitten, da kann sich auch gerne jeder weiter informieren. Wie gesagt, ich kann dieses eine Buch sehr empfehlen und ich kann einfach aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es kein Lebensmittel gibt, bei dem die Spannbreite zwischen absolutem Gift, ja, da würde ich dem Video Milch ist Gift definitiv zustimmen. Normale Supermarktmilch ist aus meiner Sicht definitiv Gift und aber auf der anderen Seite, was für eine gesundheitliche Wirkung wirklich Rohmilch von Weidetieren haben kann, dass es eine so immense Spannbreite, das hätte ich vor einigen Jahren auf jeden Fall auch nicht gedacht und ich hätte auch nicht gedacht, dass mir Rohmilch aus guter Haltung nochmal gesundheitlich so viel bringen kann, weil mich eben die in Anführungszeichen normale Milch damals so unfassbar krank gemacht hat. Aber ich denke, zu dem Thema kommt nochmal ein ganz ausführliches Erfahrungsberichtsvideo. Das waren jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, was man auch noch erwähnen könnte, wäre zum Beispiel Tabak, ja, die Tabakpflanze, die auch in ihrer schamanischen Ursprungsnutzung als unbehandelte Pflanze auch extrem viele Einsatzgebiete offenbart. Aber zu diesem ganzen in Anführungszeichen Tabakverschwörungskapitel ist ja schon ein ganzes Thema in meinem Buch, in meiner Printversion von meinem Buch enthalten. Dementsprechend will ich da jetzt nicht noch genauer drauf eingehen, damit ich da nichts vorwegnehme. Wen das interessiert, der kann hier mein Buch lesen. Ich denke, für das Erste reicht es jetzt mal. Wir befinden uns jetzt am Ende des Videos und wie gesagt, das waren einfach nur Beispiele. Also ich bin gerne dankbar, wenn ihr in den Kommentaren auch noch weitere Substanzen ergänzt, die sehr in dieses Bild hier reinpassen würden, die dieses Video hier ergänzen würden, weil ich bin mir sicher, dass das, was ich hier aufgezählt habe, vielleicht die Spitze des Eisbergs ist. Also das ist vielleicht ein Zehntel der Sachen, die wirklich verboten sind. Also bin dankbar für Kommentare, was das Ganze angeht. Und dieses Video war jetzt überwiegend auf konkrete Substanzen bezogen. Natürlich gibt es auch noch viel mehr, wenn es jetzt um ganze Therapiemethoden geht. Also gerade beim Thema Krebs. Auch da sind natürlich Naturheilkundeärzte oder Heilpraktiker mittlerweile so stark eingeschränkt und es werden immer mehr Gesetze in diesem Bereich. Und ich habe hier auch wirklich mit vielen Ärzten, die auch naturheilkundlich denken und mit Heilpraktikern geredet und im Endeffekt haben mir alle das Gleiche gesagt. Und zwar, dass es im Prinzip viele Methoden, viele Therapien gibt, die prinzipiell zwar nicht verboten sind, aber solange man etwas tut, was nicht der Norm entspricht, dann lebt man als Naturheilkundearzt oder als Heilpraktiker wirklich lebensgefährlich. Man lebt mit einem Fuß im Knast. Also mal als Beispiel, wir nehmen jetzt irgendeine Krebsart, bei der jetzt einfach nur fiktives Beispiel, Chemotherapie, durchschnittlich acht von zehn Leuten daran sterben und zwei Leute überleben. Wobei man hier auch wieder definieren müsste, was man als Überleben bezeichnet, weil viele sterben kurze Zeit später an den Folgeerkrankungen der Chemotherapie, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, okay, eine bestimmte Krebsart, gängige Chemotherapie, acht von zehn Leuten sterben und zwei von zehn Leuten überleben. Wenn jetzt also jemand diese Krebsart hat und der Arzt verpasst ihm eine Chemotherapie, ohne ihn auch nur im Ansatz darüber aufzuklären, was er noch unterstützend tun könnte, bezüglich Ernährung, Mineralien, ja, alles schon erlebt, schon mit so vielen Krebspatienten geredet, die gesagt haben, in der gesamten Chemotherapie-Phase nicht ein Wort über Selen, nicht ein Wort über Jod, nicht ein Wort über Vitamin D, ja, es ist wirklich erschreckend, aber nehmen wir jetzt mal an, da geht jemand hin zum Arzt, der bekommt Chemotherapie und dieser Patient stirbt dann, ja, was passiert dann dem Arzt? Nichts, dem Arzt passiert nichts, weil diese Chemotherapie eben die gängige Behandlungsmethode der Pharmaindustrie ist. Das heißt, die acht Leute, die halt sterben, die sterben halt trotz der Chemotherapie und die zwei Leute, die überleben, die wurden quasi vom Arzt gerettet. Wenn jetzt aber umgekehrt betrachtet, jemand sich alternativ beim Heilpraktiker behandeln lässt, ja, und stirbt, dann sieht man das natürlich am nächsten Tag gerne sofort als Bericht, der durch alle Medien hindurchfliegt und der quasi zeigt, dass es eben diese Scharlatane gibt, die mit dubiosen, wissenschaftlich nicht anerkannten Methoden Patienten umbringen. Und da ist es dann auch völlig egal, dass dieser Patient vielleicht eine völlig fortgeschrittene Krebsart hatte, mit der er nach der Chemotherapie bereits nach zwei Monaten gestorben wäre und es mit der Naturmaßnahme sechs Monate überlebt hat. Und dieses Grundprinzip lässt sich natürlich auf das gesamte gesundheitliche System übertragen. All das, was quasi seit Jahrzehnten verwendet wird und von Papa Big Pharma gesponsert wird, das kann problemlos angewandt werden und kein Arzt bekommt irgendein Problem, wenn derjenige danach von diesen Medikamenten dann irgendwelche Probleme bekommt. Ja, weil es steht ja kleingedruckt im Medikamentenverzeichnis bei den Nebenwirkungen drin. Und wenn dann halt mal jemand stirbt, dann ist das halt eine doofe Nebenwirkung. Und wenn ein Arzt aber Alternativen anbietet, dann kann ihm da so schnell ein Strick daraus gedreht werden und insofern muss ich auch jetzt hier, sage ich mal, so einen Schritt zurückrudern und mich da ein bisschen auch mal für gewisse Ärzte hier positiv aussprechen, weil man darf da auch nicht den Fehler machen, die ganze Zeit mit dem Hammer einfach nur auf die Ärzte draufzuhauen, weil sie nur Chemotherapie anbieten und Medikamente, weil zum Beispiel gerade ein normaler Onkologe ist völlig in diesem System gefangen und er darf nicht über gewisse Substanzen aufklären. Und ich denke, jetzt reicht es wirklich an dieser Stelle, weil sonst kommt mir mein Mittagessen noch hoch, wenn ich mich noch mehr mit diesem Thema beschäftige. Also, einige weiterführende Informationen findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video wenigstens ein paar Prozent meiner Zuschauer vor Augen führen, in welchem System wir hier eigentlich leben. Bis zum nächsten Mal, euer Benjamin Weidek. Medikamente halten dich am Leben, Nahrung macht dich lebendig.